Archäologie wählen, Artefakt, amerikanisch, klar. Das nennen wir. Ah, die Zeit läuft schon wieder so dahin. Ich bin wirklich so früh wach geworden heute. Der Vormittag ist gar nichts. Der ist gar nichts. So. Ne, ich hab noch nichts. So. Malacka nennen wir mal. Zanzibar. Ah, ist schon wieder. Ja. Chicago ist schon wieder hier. Ummanipuliert worden. Ich glaube, ich muss Theodora auch mal langsam verbieten. Bei mir religiösen Schabernack zu machen. So. So. So, Theodora. Ja, ja, ja. Hört auf, Missionare und Propheten. Ungeachtet. Ungeachtet eurer Proteste werden eure Bürger weiterhin durch unsere Missionare aufgeklärt werden. Mhm. Tja. Tja, Theodora. Das ist nicht so gut, ne? Tja. 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 Ah, da ist er. Ich glaube, gleich mal. Ja. Truppenverlegung heißt das. Ja, Deodora wollte das ja nicht anders. Ja, und dann muss ich, glaube ich, auch mal meine Bomberchen wieder verlegen. So, wie weit kommen die? Das war wieder nicht so weit. Ne, bis dahin kommen die nicht. Da brauche ich sie im Moment sowieso nicht, das ist das Gute. Dann müssen die mal strategisch anders hingesetzt werden. Und weil wir so freundlich sind, kaufen wir nochmal einen Bomber dazu. Und weil es so schön war, kaufen wir nochmal einen Bomber dazu. So, was soll's, ist sowieso, glaube ich, schöner. Ah ja, verbindet, das ist auch wichtig. Freund, da, Schutzversprechen, Geschenk machen. Sehr gut. Hab ich gleich. Ach, und Politik auch gleich. Jo. Gold, wir brauchen Gold. Nicht müde werden, Leute. Buddelt, was das Zeug hält. Ja. Ja. So, weit kommen die hier. Ja, die muss ich hier stationieren. Gucken, was die polnische Kurwa macht. Dobra moi, Kurwa. Ja, Flughafen ist strategisch auch nachher ganz relevant. Offene Grenzen. Mensch, du hast ja überhaupt kein Gold. Du hast ein Riesenreich. Ja, aber wie wär's, wenn du ein bisschen Öl dazu gibst? No monge. No monge. No monge. Ich finde aber schon, dass das geht. Schon ohne. Du hast so viel. Und Aluminium hast du auch ohne Ende. No monge. No monge. No monge. Du machst ja gar nichts aus deinem Kram hier. No monge. Ja, dann leck mich am allerwertesten, wollte ich sagen. Ne. Im Let's Play flugt man nicht. Hahaha. Da sagt man das nicht so. Ne. Egal. Brauch ich auch gar nicht. Scheiß drauf. Ich hab sowieso genug Öl. Ich hab Kohle. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der muss noch ein bisschen warten. So. Ach, warum geht die Reichweite? Was? Schaffst du das nicht mal von Washington nach Philadelphia? Aber was ist denn das für Bomber? Hallo. Ach ne. Das ist noch gar nicht dran. Deshalb will ich vor grad sagen. Hallo. Schynisches Labor. Militärstützpunkt. Jetzt. Und da noch. Ach, da geht das schon rein. Sehr gut. Jawoll. Da kommt was auf dich zu, Theodora. Da kannst du wirklich sagen, ich hab's kommen sehen. So. Da ist ja noch einer. Ach so, das war der Inquisitor. Ja, den haben wir auch nötig. So. Den haben wir auch nötig. So. Ach mal nach Seattle. Hallo. Chicago wieder. Befreien hier von Theodores Einfluss. Das kann tierisch auf den Sack gehen, wenn die anderen nur noch so Missionare und sowas losschicken. Das geht tierisch auf die Nüsse. So, jetzt bin ich mal der... Ach nee, geht nicht. Von Washington aus vielleicht? Auch nicht. Das sind wir dann später vielleicht. So. Keine Lust immer, alles doppelt und dreifach zu missionieren. Genau so schlimm wie die Kelten. Also, äh, hat dich sehr beunruhigt. Ja, it's great. Die Kelten mit ihren Missionare, ey, das ist... Indien ist genauso schlimm, aber auf die harmlose Art und Weise. Kabul will die Religion Vogelgrippe. Na, dem kann doch geholfen werden. Was meint ihr? Ja, ich bin noch bald in Position, um Theodora ein bisschen in ihre religiösen Schranken zu weisen. So, hier haben wir schon alles umgemodelt. Ja, das ist ja ganz gut. Manila. Und das Iris. Schicken wir ihn nochmal rüber. Ja, ja, ja. Nee, sind wir schon in Position, wir... Nee, das hört sich ja auch an. Nee, da warten wir noch ein bisschen. Oh, komm. Von Chicago nach dahin, das kann auch nicht. So, nach Seattle erst mal, oder was? Und von Seattle, Mensch, das ist ja richtige... Wie mit der Tante Ju. Das ist genauso. So, da mach ich gerne reinpreschen. Jawohl. So, Chicago mal wieder Vogelgrippe-ähnlich machen. So. Wale. Au. Das hat Zuma. Sehr schön. Ähm. Nee, ja, den brauch ich noch nicht. Fing an der 4. Ach, jetzt mal nach Seattle. Boston. Chicago. Ach ja, apropos, Moment, ich glaube ich... Ich kann ja wieder Einheiten verbessern, ne? Boah, das ist nicht so. Aber sicher. Aus den Gattlings werden... Maschinenpistolen. Oder MGs. Auch sehr gut. Der ist auf dem Weg, ne? Ja, was ist noch eine alte Kanone? Tatsache. Na, das wollen wir ja mal gleich ändern. Ja, das ist alles schön modernisiert. So muss das sein. Wirtschaft, Handel, Diplomatie, ja, es hängt alles damit zusammen, ob man sich eine große Armee leisten kann oder nicht. Ähm. Ja. Was ist das denn hier? Ja, sehr schön. Je mehr Ressourcen, desto besser. Sehr gut, sehr gut. Gleich kriegt Theodora ein bisschen was auf den Pötscher. Ja. Ja, alles sehr vielversprechend. Armeenrücker näher. Und ich habe überhaupt keine Ahnung, der wieviel Detail das jetzt schon ist, den ich hier mache. Weil, ähm, ich zocke das natürlich, wenn, dann zocke ich mindestens zwei Stunden. Das sind ja vier, fünf Parts alleine schon. Also ich habe, ich habe keine Ahnung. Und wer von euch die Serie, ähm, wirklich von Anfang an verfolgt hat und bis hierher gekommen ist, äh, bitte einmal posten, äh, bitte einmal posten, denn möchte ich mich herzlich bedanken. So, du warten. Warten auch. So, wie sieht es hier aus? Ja, ich muss noch ein bisschen warten, bis meine Kriegsschiffe, ja, die kommen schon. Weil die brauche ich unbedingt zur Unterstützung. So, Distanz und Kataro sind jetzt Freunde. Aha. Da, Theodora. Auswahl deiner Freunde ist nicht sehr klug. Muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. So. So. für dich habe ich immer noch nichts zu tun so shikaru ist auch wieder vogelgruppe sehr schön das ist noch ein taschengeld für die gettling besatzung so flugzeuge habe ich auch recht genug ich denke mal mehr als genug also habe ich da ja es kann sein dass ich hier die maximale bomber anzahl schon erreicht hat das ist gut möglich ich muss noch ein bisschen warten müsst noch ein bisschen warten so noch eine panzer einheit aber allzu lange warte ich jetzt nicht mehr kurva mai ja 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 auch schon gute admiralschiff dann kann der tanz auch bald losgehen würde ich sagen theodora holt schon ihre museumskanonen heraus ja ist okay verbündet und kurva hat schon einen flugzeugträger die polen und ein flugzeugträger ja das ist das können froh sein dass die geschichte hier neu geschrieben wird wenn ich das sehe wie das in polen immer noch aussieht also wo kinder noch von eisenbahnen anhängern kohle klauen also ein bisschen wirtschaftlich stabilisiert hat sich polen ja aber also ich glaube nicht dass das ein großer motor von europa ist oder wird ja soll der tanz beginnen wir beginnen jetzt der tanz beginnt noch mal eins sehr gut wieder gemäht auf 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 mit ein schuss von hallo haben wir doch gleich die verbindung hier sehr gut sehr gut so unsere bomberchen aktivieren aber so So, kommst du auch mal rüber. Komm doch mal rüber. Oh man, für James Watt habe ich immer noch nichts zu tun. Ist gar kein Platz. Ja, die Antwort wird schrecklich sein. Und jetzt höre ich auch nicht mehr auf. Das war der Auftakt gewesen. Da wird gekreischt. Ihr kreischt nicht. Ich bin euer Befreier. Sagte Napoleon. Lang noch nicht. Ich gucke mal in der Ringvisite nach. Ich glaube, ich habe da noch was. Ja, auf ein Bein kann man den stehen. Ich glaube, da ist noch einer. Ja, was? Was schreit ich in Kontakt? Sehr gut. So sieht das aus, wenn man seine Religion einfach frech verbreiten will. Ja, war's auch. Ja, verdiene ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017